Strahle und leuchte, du bist wertvoll. Das ist eine der großartigen Botschaften von Charavana Bhava, die auch Muruga genannt wird. Wenn du diesen Vortrag oder diese Inspiration jetzt anhörst, dann siehst du vielleicht nichts. Wenn du es anschaust, siehst du Subramanya, auch Muruga genannt, golden und strahlend. Du bist wertvoll, sei dir dessen bewusst. Du bist ein Kind Gottes oder wie es auch im Alten Testament steht, sei gesegnet und du sollst ein Segen für andere sein. Du bist deshalb in der Welt, um Gutes zu bewirken. Du hast genau die Kräfte und Fähigkeiten, die es braucht, um jetzt Gutes zu bewirken. Strahle und leuchte, du bist wertvoll.